Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Verglichen mit anderen Lebensmitteln sind Eier auch heute noch besonders günstig und erlauben vielseitige und abwechslungsreiche Zubereitungsarten. Neu bei uns finden Sie jetzt in der ganzen Schweiz Naturaplan-Eier aus Auslaufhaltung mit Legedatum. Eier aus Auslaufhaltung bedeutet, dass das angeborene Verhalten der Tiere berücksichtigt wird. Jedes Huhn kann zum Beispiel wählen, ob sie sich im Stall, auf dem deckten Vorplätzchen, die bei Regenschutz beutet oder unter freiem Himmel aufhalten will. Das Futter ist nach der GOP Naturaplan-Richtlinie zusammengestellt und enthält keinen künstlichen Farbstoff, keinen Fischmehl oder Fischöl. Je nachdem, ob das Huhn dann mehr innen oder draussen war, ob es viel Gras gefressen hat und weil wir auf künstliche Farbstoff verzichten, können beim Dotter unterschiedliche Farbtöne auftreten. Ein GOP Naturaplan-Eier ist eben ein echtes Naturprodukt und gleicht nicht wie ein Ei am anderen. Und damit Sie die Frische jederzeit überprüfen können, ist jedes einzelne von diesen Naturaplan-Eiern mit dem Legedatum gekennzeichnet. Die Zahl, die ebenfalls auf dem Ei aufgedruckt ist, ist ein Gott und gibt Auskunft über den jeweiligen Lieferanten. Bei diesem werden durch unsere Einkäufer regelmässig Stichproben gemacht und Kontrollen durchgeführt. Auch das eine weitere Massnahme im Dienst der Qualitätssicherung. Produkte, die Sie nur bei uns bekommen, bezeichnen wir als GOP-Exklusiv-Marken. Sie erkennen solche Produkte am Exklusivität-GOP-Zeichen. Heute möchte ich Ihnen zwei von diesen GOP-Exklusivitäten vorstellen. Snacks sind knusprige und knackige Snacks in bester Herdöpfel-Qualität. Ideal zum Apéro, zum Fernsehen schauen oder immer dann, wenn etwas zum Knabbern fällig ist. Und auch der Preis stellt auf. Machen Sie den Vergleich. Snacks, Knusper-Snacks in den zwei beliebten Sorten Natur und mit Paprika, die es nur bei GOP gibt. Ebenfalls neu und nur bei GOP kommen Sie jetzt Jungle Crunch über. Die knusprige, grösste Getreidemischung. Jungle Crunch schmeckt köstlich und enthalten wertvolle Vitamine, Nähr- und Aufbaustoffe. Jungle Crunch zum Geniessen mit viel Milch, Joghurt oder Fruchtsäfte. Einfach so, wie wir es am liebsten haben. Jungle Crunch, da kann man noch etwas erleben. Neben neuen GOP-Exklusiv-Marken finden Sie in unseren Läden aber auch die altbekannten Markenartikel. Heute zwei Beispiele. Wenn der Morgen noch frisch ist, ist die Lust nicht weit. Tartare ist mehr als Crème fraîche, mehr als eine raffinierte Kräutermischung, mehr als eine Spur Salz und ein Hauch von Knoblauch. Tartare, der Käse mit dem genialen Rezept. Tartare, wenn Sie mehr von einem Käse verlangen, als man sich sonst so gewohnt ist. Und wenn Sie viel von einem Espresso verlangen, dann ist der Mastro Lorenzo gerade richtig. Mastro Lorenzo Mastro Lorenzo Tasse um Tasse der Genuss frischen, echten Espressos Von Jakobs Mastro Lorenzo Wie ein Espresso privatissimo Und was die Studioküche sich diese Woche für ein Rezept ausgedenkt hat, das sehen Sie jetzt im nächsten Beitrag. Mit einem selber gemachten Sorbet ist der Erfolg bei den Gästen garantiert. Und es ist gar nicht so kompliziert, wie man meinen könnte. Für ein Clementine Sorbet braucht man etwa 5 Stück. Zwei davon mit heissem Wasser gut waschen und die Schalen abreiben. Die übrigen Clementine auspressen und den Saft mit dem Fruchtfleisch und den Schalen mit Puderzucker verrühren. Anschliessend kommt alles für ca. 1,5 Stunden in den Tiefkühler. Nach Ablauf dieser Zeit zwei Eiweisse zu Schnee schlagen, noch und noch Zucker beinfügen, bis eine feste glänzende Masse entstanden ist. Dann die gefrorene Fruchtmasse aus dem Tiefkühler nehmen und mit dem Handmixer gut durchschlagen, bis keine Eiskristalle mehr vorhanden sind. Sorgfältig mit der Meringmasse mischen und sofort wieder in den Tiefkühler zurückstellen. Nach nur 1,5 Stunden sollte das Sorbet dann so weit sein, dass man es servieren kann. Bestimmt möchten auch Sie das Sorbet ausprobieren. Die genauen Angaben finden Sie im Coop-Aktionsinserat, das in vielen Tageszeitungen und in der Coop-Zeitung erscheint. Clementine, die Sie für dieses lustige Rezept brauchen, gibt es übrigens neben vielen anderen Produkten diese Woche zum Aktionspreis. Das 2-Kilo-Netz kostet nur noch 2,70 €. Der Beutel Schokkisamichlaus gibt es für nur 6,60 €. Und das Kilo Sanrei Erdnüsse kommen Sie über für 3,30 €. Schweinsfleisch ist jetzt 20 % günstiger. Ausserdem offerieren wir Ihnen den vollautomatischen Funk-Wecker für 32 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. Midi-Cornichons kosten von jetzt an nur noch 2,50 €. Im Coop-Restaurant offeriert Ihnen der Küchechef diese Woche einen feinen Rindschmorbraten mit Spätzli und Rotkohl für nur 9,80 €. Das wäre es für heute. Am nächsten Mittwoch starten wir mit einer kleinen Serie von einfachen bis aufwendigen Festtagsrezept. Wenn Sie auch noch nicht wissen, was Sie über die Festtage kochen sollen, sollten Sie das Coop-Studio also nicht verpassen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.